Hallo, 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 hallo mein kleiner, kleiner, kleiner Dream Chaser, wie geht es dir heute? Hast du ein gutes Tag gehabt? Ja, was ist heute passiert für dich? Und was waren deine besten Momente deiner Tag? Okay, ja, sehr cool, sehr cool. Also, 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 einer meiner Abonnenten hat mir einen Vorschlag gemacht für Pailletten. Ich denke, das heißt Pailletten oder Pailletten, ASMR mit Pailletten gemacht. Also, ja, heute machen wir das. Ich habe dieses Kleid gefunden mit Pailletten und ich zeigte, wir konnten sie benutzen für ASMR. Ja, und vielleicht auch ein paar positive Affirmationen. Ja, okay, es ist ein bisschen spontan. Ich habe es, ähm, ich habe keinen Plan gemacht, aber ich dachte, es könnte Spaß machen. Ja, hoffentlich verstehst du meinen Deutsch heute. Ich bin, ähm, ich bin ein bisschen müde, weil ich habe viele Tage in dieser Woche gearbeitet. Wie findest du diese, ähm, Pailletten-Sounds? Dieses Weg ist das, ähm, Silber, aber dieses Weg ist das, Brün. Ich bin, ähm, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Du bist stark. Alles ist okay. Es sieht sehr cool mit meinem Ring Light aus. Du kannst das Licht sehen. Ja. Wir können es alle Brün machen. Oder nicht. Ich habe dieses Kleid für meinen 21. Geburtstag gekauft. Für meine Geburtstagsparterei. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war vor 6,5 Jahren. Ich bin noch, ähm, 27. Aber es passt mir noch. Alles ist okay. Alles ist okay. Ich bin da. Ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Entspannen. 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 Alles ist okay. Okay. Lübe Du bist gesund, du bist stark, alles ist okay, du bist genug, genug, genug. Ich denke, dass es wird gut aus. Nein, es. Ich kann das nicht sagen. Ich habe nur diese Dinger mit Pailletten. Ich konnte etwas anderes nicht finden. Alle meine Dinger sind orange. Aber nicht dieser, weil es sehr alt ist. Fabric scratching. Auf englisch. Aber auf deutsch. Keine Ahnung. Fabric ist nicht die richtige Vorder. Aber was würde das sein? Klamotten scratching. Ja, keine Ahnung. Aber alles ist okay. Ich bin da. Wir können zusammen entspannen. Du kannst es machen. Ich glaube an dich. Alles ist okay. Du kannst jetzt schlafen. Es war ein guter Vorschlag. Ich würde an das nie gedenken ohne diesen Vorschlag. Beiletten. Oder Beiletten. Aber ich habe das Wort vergessen. Beiletten. Du kannst entspannen. Alles ist okay. Okay. Morgen ist ein neuer Tag. Jetzt ist es nur wichtig. Entspannen sein und schlafen. Das ist mein Lieblings Trigger. Dieses. 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 Das ist кровisch. Das ist schlimm. Ich habe das. dieses Kleid gekauft wird ich nie gedenkt. Aber das in Zukunft wird ich für ASMR benutzen. Was hast du denn gemacht? Im 2014 habe ich nie von ASMR gehört. Ich habe keine Ahnung gehabt über ASMR. Also ich habe gedacht, dass es gute Sound gemacht habe. Aber ja, ich denke das vielleicht mache ich keinen Sinn im Moment. Es ist ein Rambling Video. Okay. Ja, ich würde leise sein. Okay, okay, okay. Jetzt ist es seit wir schlafen. Du musst, du musst, du musst, du musst jetzt schlafen bitte. Ja, wir können uns zusammen entspannen. Aber es ist Schlafzeit für dich. Du musst, ja. Okay, okay. Okay, okay. Schließe deine Augen. Bitte, bitte schließe deine Augen. Deine Augen. Deine Augen. Okay, okay. Ja, und liegen in deinem Bett. Deinem Bett. Deinem Bett, deine Bett, dein Bett, dein Bett, dein Bett. und entspannend Ich wünsche dir schonen Trauben Ich wünsche dir einen guten Schlaf und ich würde dir in meinem nächsten deutsches Video sehen Ok, ok! Good night! Good night! Juice! 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 🎵 Sek 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 Es